Wanggei Dooye ist ein ehemaliger butanischer Fußballspieler. Mit 20 Einsätzen ist Dooye Rekordspieler der butanischen Nationalmannschaft und, zusammen mit Pasang T. Schering, auch dessen Rekordtorschütze. Zudem ist er einer der wenigen Spieler aus Bhutan, die außerhalb Bhutans gespielt haben. Karriere Dooye spielte für den bangladeschischen Verein Mohamedan SC, für Samt CFC, Ranyung United, Transport United und für den butanischen Rekordmeister Drupol. Dooye erzielte 5 Tore bei 20 Einsätzen für die butanische Nationalmannschaft. Internationale Bekanntheit erlangte er durch einen Hattrick in einem Spiel gegen Montserrat, in dem seine Mannschaft am Ende mit 4 zu 0 gewann. Dieses Spiel wurde vom niederländischen Regisseur Johan Kramer initiiert und im Dokumentarfilm The IR Final verarbeitet. Außerdem erzielte er ein Doppelpack gegen die Nationalmannschaft von Guam. Dooye war auch Kapitän seiner Mannschaft.